Musik Einen wunderschönen guten Morgen aus Palma de Mallorca. Ja, wir haben heute Morgen etwas länger geschlafen. Gerade eben waren wir noch sehr entspannt im Buffet-Restaurant frühstücken und jetzt freuen wir uns auf unseren Ausflug. Heute besuchen wir die Drachenhöhlen von Mallorca und dort soll sich unter anderem auch der größte unterirdische See der Welt befinden. Ja, wir freuen uns, euch wieder mitnehmen zu können und wünschen euch jetzt viel Spaß auf Mallorca. Musik Musik So, wir haben unsere Tickets. Jetzt kann es losgehen. Musik 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 Ja, ihr Lieben, das war ja unser Ausflug in die Drachenhöhle auf Mallorca. Und ihr habt es ja gerade eben selber gesehen, diese Höhlen sind wirklich sehenswert und auch der See am tiefsten Punkt der Höhle ist wirklich sehr beeindruckend. Ja, und für uns geht es jetzt zurück zum Schiff. Ja, ihr Lieben, und zurück von unserem Ausflug, der sich am Ende dann doch noch etwas länger hingezogen hatte, als wir das ursprünglich gedacht hatten. Jetzt geht es für uns erstmal zum Abendessen ins Bedienrestaurant. Was es dort zu essen gibt, das zeigen wir euch jetzt. Musik 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 Ja, ihr Lieben, und zurück von einem Bedienrestaurant. wirklich leckeren Abendessen im Bedienrestaurant. Inzwischen ist es auch schon wieder Zeit für das Auslaufen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim nächtlichen Auslaufen aus Palma de Mallorca. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020